So, jetzt wollen wir uns einmal eine Konstruktion machen von diesem Rollcontainer. Wichtig zu wissen ist, dass ABF immer mit Gruppen arbeitet, das heißt mit Komponenten kann ABF nicht arbeiten, würde sich dann aber auch melden, das heißt wenn man jetzt Komponenten hinzufügt, wie jetzt diesen Schubkasten, würde ABF dann sagen, dass alle Komponenten zunächst umgewandelt werden müssen in Gruppen, dafür gibt es dann aber auch noch mal eine Funktion, und zwar diese hier, wenn die Bauteile ausgewählt sind oder die Komponenten ausgewählt sind, kann man hier Daten umwandeln und aus einer Komponente eine Gruppe erstellen. Da sieht man jetzt Gruppe 1, das ist jetzt nur noch eine Gruppe und keine Komponente mehr. Und dann können wir weiterarbeiten, können Beschläge hinzufügen und auch nesten. Jetzt wollen wir aber diesen Rollcontainer einmal zeichnen und dafür habe ich einmal die Seite hier abkopiert. Ich habe mir noch ein anderes Plugin heruntergeladen und zwar MakeNamedGroup, da kann man dann über einen Shortcut auf der Tastatur direkt den Namen bearbeiten, also hier zum Beispiel Seite links, und direkt den Layer auch ausbilden, auf dem es abgelegt werden soll. Und dann hat man hier die Bauteilgruppe. Jetzt mache ich das Ganze mal hier, 400 breit, wenn wir das Ganze ein bisschen breiter haben wollen, dazu gibt es noch mal eine andere Funktion, die wir verwenden. Hier haben wir jetzt 4, 6, 4, hier unten werden die Maß angezeigt, 4, 6, 4 Millimetern. Und wir hatten jetzt hier, was haben wir hier, 3, 8, 1, das gibt es jetzt noch mal, 9, 8, 4, 100, das heißt wir haben jetzt eine Differenz von 64 Millimetern, die wir später noch nachbearbeiten können. Dann ist das natürlich nicht die Seite links, sondern die Seite rechts und in den Elementinformationen können wir Seite rechts die Bezeichnung von dem Bauteil nochmal ändern. Dann fügen wir zunächst den Boden hinzu, auch wieder mit dem Shortcut, Boden, den Layer noch auswählen, dann haben wir den Boden eingefügt, jetzt fehlt noch die Rückwand. Über K können wir immer die Transparenz aktivieren und sehen dann auch die Ecke, so, wir haben das Rechteck hinzugefügt, 19 Millimeter. Der Rollcontainer soll aus Multiplex gebaut werden, weiß beschichteten Multiplex mit sichtbaren Kanten in diesem Fall. Das ist jetzt die Rückwand und auf dem Layer-Korpus. Damit die Kanten hier gerundet werden können mit dem 2 Millimeter Radius, stauchen wir das Ganze hier noch in 2 Millimeter und verschieben das Ganze noch nach vorne. Wir können das Ganze über die Pfeiltasten noch fixieren auf den Achsen, auch nochmal in 2 Millimeter. Und dann können die Bauteile an den Längskanten gerundet werden und die Rückwand muss nicht zusätzlich gerundet werden, dass man dann keine Arschbackenfuge hat, sondern eben eine scharfe Kante hat, die auf die Fläche aufläuft. So weit, so gut. Noch vorne die Vorderkante. Wir können natürlich auch immer unsere Komponenten verwenden, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eine Blende, die wir immer verwenden. Und da sind die Bezeichnungen dann eben auch schon direkt hinterlegt. Also hier ist die Blende links, die Definition. So, bei S können wir das Streckentool noch aktivieren und verwenden und haben dann hier unsere Blende noch angepasst. Es wäre jetzt hier die Blende links, das entfernen wir noch. Das Ganze ist jetzt aber nach wie vor eine Komponente, also ich würde jetzt einfach empfehlen, aus der Komponente direkt eine Gruppe zu erstellen und ABF damit weiterarbeiten können. In der Höhe machen wir das genauso wie vorher auch. Und an der Vorderkante lassen wir das auch 2 Millimeter einspringen, damit das einfach gleich ist. Jetzt hatten wir ja gesagt, dass der Korpus 64 Millimeter breiter werden soll. Dafür verwenden wir hier Eckpunkte verschieben, können jetzt den rechten Teil auswählen oder eben den linken. Und hier werden jetzt die Eckpunkte angezeigt, die verschoben werden oder die man eben ausgewählt hat. Zusätzlich gibt es dann hier noch die Achsen, das heißt wir können über die Pfeiltasten auswählen, in welche Richtung verschoben werden soll, nach links oder nach rechts. In dem Fall wollen wir nach rechts breiter werden und geben einfach direkt das Maß ein, 64. Und das wird hier unten auch nochmal angezeigt, 64, Enter und sind alle Bauteile verschoben. Das heißt wir müssen nicht erst wieder extra reingehen in die einzelne Gruppe und dann die einzelnen Komponenten bearbeiten und 64 Millimeter in die nächste Gruppe gehen. Wir können das Ganze verschieben um 64 Millimeter und so weiter, sondern wir können alles in einem machen. Jetzt haben wir noch einen Boden, der dazwischen eingefügt wird, wieder über KD Transparenz aktivieren. Das geht in dem Fall nicht, da müssen wir hier ran, 19 Millimeter und bis an die Kante der Innenseite. Das hier ist der Boden, jetzt haben wir den Grundkorpus schon erstellt, die Fronten können wir später auch nochmal hinzufügen. Im nächsten Schritt wäre es angebracht, die Verbinder hinzuzufügen, also die Rafix-Verbinder oder Cabineo, je nachdem was man primär verwendet. Weil wir hier ja keine sichtbare Schraubung haben möchten in der Fläche, sondern das Ganze versteckt haben möchten auf der Innenseite, verwenden wir einfach Schnellverbinder. Genau, die werden dann im nächsten Schritt hinzugefügt. Soweit erstmal zur Konstruktion. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.